Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Heute steht auf Gleis 3 abfahrbereit ein leichter F-Zug zu Anfang der 1960er Jahre. Heute wollen wir euch diesen Halbspeisewagen mal genauer vorstellen, den wir vor Wochen schon käuflich erworben haben. Und zwar den Pico 59643, den Halbspeisewagen ARM216. Der ist hier in diesem Zug an zweiter Position. Ansonsten besteht der Zug nur aus A-Wagen und an dritter Position bereits ein TE-Wagen. Weil die F-Züge waren ja so quasi, kann man so sagen, die Vorläufer der TE- und IC-Züge. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. 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 Vielen Dank. 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 Das wäre fein. Ciao.